Ich rufe jetzt auf den Tagesordnungspunkt 64 und 108, das ist der Setzpunkt der Fraktion der AfD, verbunden mit dem Dringlichen Antrag 20.5622. Ich darf als erstem Redner das Wort erteilen, dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, dem Kollegen Robert Lambrou. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Der heutige Tag ist für mich ein Tiefpunkt in der föderalen Kultur der Bundesrepublik Deutschland. Das sagte Sachsen-Anhalt Ministerpräsident Rainer Haseloff, CDU, bei der Sondersitzung des Bundesrats am 22. April. In dieser Sondersitzung wurde das vierte Bevölkerungsschutzgesetz gebilligt, das zuvor vom Bundestag verabschiedet wurde. Haseloffs heftige Kritik am Gesetz gipfelte in der Feststellung, dass die Gesetzesinitiative und die sie rechtfertigende Diskussion dem kooperativen Föderalismus einen Zitat schwer heilbaren Schaden zugefügt hätten. Meine Damen und Herren, diese Einschätzung teilen wir vollumfänglich. Das in Rede stehende vierte Bevölkerungsschutzgesetz kollidiert in etlichen Punkten mit dem Grundgesetz. Mit dieser Einschätzung stehen wir nicht alleine da, ganz im Gegenteil. So richten sich die dort geregelten Grundrechtseingriffe millionenfach pauschal gegen Personen, die nicht einmal im Verdacht stehen, das Virus zu verbreiten. Der Staats- und Völkerrechtler Dr. Ilrich Voskerau sieht darin eine de facto Notstandsregelung verwirklicht, die so im Grundgesetz nicht vorgesehen ist. Außerdem gefährdet das Gesetz das Grundrecht auf effektiven Rechtsschutz. Gegen das neue Infektionsschutzgesetz kann man nunmehr keine Verwaltungsgerichte anrufen, sondern muss fortan stets vor das Bundesverfassungsgericht ziehen. Die Antwort nach dem Warum ist so einfach wie fragwürdig. Man möchte den Bürgern den Weg vor die Verwaltungsgerichte versperren, weil diese in der Vergangenheit viele verordnete Corona-Maßnahmen wieder gekippt haben. Bundeskanzlerin Angela Merkel gab das in ihrem Podcast, die Kanzlerin im Gespräch, sogar zu. Dort verplapperte sie sich folgendermaßen in der ihr eigenen Sprachgewalt. Ich zitiere. Was können wir tun, damit das nicht durch Gerichte wieder in Frage gestellt wird? Dadurch, dass wir jetzt ein Bundesgesetz gemacht haben, kann es nur durch das Bundesverfassungsgericht noch überprüft werden. Das heißt also, man hat nicht die verschiedenen Verwaltungsgerichtsentscheidungen. Weiter zitiere ich die Bundeskanzlerin. Also, dann wird gesagt, okay, Buch ja, Computer, Festplatte nein. Ist das richtig? Da gab es Gerichtsentscheidungen, die gesagt haben, nein, da muss auch der Computershop aufgemacht werden. Und schwupps ist man in einer Bahn, wo dann alle Geschäfte auf sind. Soweit, Zitat, Bundeskanzlerin Merkel. Die Zusammenfassung dieses Vorgehens habe ich mir aus dem Politblog achgut.com geborgt, der da schreibt, die lästige Justiz in den Ländern erschwerte der Politik die Arbeit, weil sie die Rechtmäßigkeit von Corona-Maßnahmen prüfte. Also schuf die Regierung ein Bundesgesetz, damit die unbotmäßigen Untertanen ihre Rechte nicht mehr so leicht einklagen können, Problem gelöst. Meine Damen und Herren, ich bezeichne das als entlarvend. Und Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, bezeichnet diese Entwicklung in einem Rechtsstaat als, Zitat, höchst problematisch. Meine Damen und Herren, die AfD-Fraktion teilt auch diese Auffassung. Das Gesetz ist schon deshalb extrem problematisch, weil massive Grundgerechtseingriffe einzig am rein Inzidenzwert anknüpfen, die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz. Und das, obwohl der Bundestag erst im März beschlossen hat, dass der Inzidenzwert gerade nicht mehr alleiniger Maßstab sein soll. Viele Juristen, darunter auch der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts und der renommierte Staatsrechter Hans-Jürgen Papier halten den Inzidenzwert als Gradmesser für ungeeignet, zumal durch die alleinige Fixierung auf den Inzidenzwert und eine gleichzeitige Steigerung der Testraten ein automatisierter Dauer-Lockdown künstlich herbeigeführt werden kann. Der ehemalige Vorsitzende des Deutschen Richterbundes, Jens Gnieser, führte hierzu treffend aus, ich zitiere, dieses Gesetz führt aber zu einem kaum noch steuerbaren Dauerzustand. Unsere Gesellschaft wird gemäßermaßen auf Autopilot gestellt. Kommen wir noch einmal zurück zur bereits erwähnten Sondersitzung des Bundesrates am 22. April. Ministerpräsident Volker Bouffier hat dort eine, wie ich finde, sehr beachtliche Rede gehalten. Es wirkte fast so, als würde er als strenger Rektor, Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, eine Grundsatzlektion in Sachen Politik erteilen. Neben den praktischen und rechtlichen Problemen des Gesetzes verwies Bouffier immer wieder auf die so wichtige Akzeptanz der Bürger, deren Toleranz gegenüber den staatlich verordneten Grundrechtseinschränkungen nicht unerschöpflich sei. Bouffier sprach weiterhin von den, Zitat, tiefgehendsten Einschnitten in die Grundrechte, die es jemals gegeben hat, Zitat Ende, welche uns alle dazu zwängen, eine sorgfältige Debatte zu diesem Thema zu führen. Dieser Aussage können wir nur beipflichten. Wie sehr unsere Debattenkultur aktuell verloren geht, zeigt ganz exemplarisch der Umgang mit den Personen hinter der Aktion Hashtag Allesdichtmachen. Ein Rundfunkrat der SPD, Garel Duin, forderte sogar, dass man die Zusammenarbeit mit den Schauspielern Liefers und Dukur sofort beenden solle. Welch totalitärer Ungeist sich hier aktuell in unserer Gesellschaft ausbreitet, kann man auch an den Aussagen des Fraktionsvorsitzenden der SPD im nordrhein-westfälischen Landtag festmachen. Besagter Landtagsfraktionschef Kutschaty sagte dem WDR, es ist nicht unser oberstes Ziel, in private Wohnungen zu gucken, aber auf dem Weg dahin kann ich Menschen erwischen. Was ist nun die Konsequenz daraus? Herr Ministerpräsident, ich kann gut verstehen, dass Sie sich inhaltlich von diesem Gesetz absetzen wollen, und mit Ihrer Rede im Bundesrat ist Ihnen das vordergründig auch gelungen. Im Abstimmverhalten hingegen waren Sie leider wieder voll auf Linie. Man trägt das Gesetz halt mit, weil es nicht anders geht, so der Tenor Ihrer Rede. Immerhin, man hat Bedenken artikuliert. Herr Ministerpräsident, am Dienstag haben Sie uns hier im Landtag erklärt, warum Sie im Bundesrat den Vermittlungsausschuss nicht angerufen haben. Die Zeit würde so drängen, dass man jetzt endlich rasch wirksame Maßnahmen bräuchte. Es könne nicht länger gewartet werden. Dies sei verhandlungsvolles Handeln. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Landkreistages, Prof. Dr. Hans-Günter Hennecke, sieht das etwas anderes. Er beklagt, dass das Gesetz eine wirksame Pandemiebekämpfung sogar behindere. Seine Begründung, das Gesetz, Zitat, beschneide ohne sachlichen Grund die Möglichkeiten der Länder, flexibel und situationsangemessen auf das Infektionsgeschehen vor Ort zu reagieren. Zitat Ende. Meine Damen und Herren, ein bisschen Kritik am Rednerpult des Bundesrates ist mit Blick auf die Schwere der Grundrechtseingriffe, mit denen die Bürger jetzt tagtäglich konfrontiert werden, aus unserer Sicht viel zu wenig. Zumal das Gesetz auch ganz andeutig in die Kulturhoheit der Länder eingreift. Darauf hat auch Minister Dent Pouffier in seiner Rede hingewiesen. Es ist nicht nachvollziehbar, dass man nach dem katastrophalen Versagen der Bundesregierung im Umgang mit der Pandemie nun ein Gesetz durchgewunken hat, dass eben jener Bundesregierung noch mehr Einflussmöglichkeiten gibt als zuvor. Richtig wäre es, einen stärkeren Wettbewerb zwischen den Ländern auf dem Gebiet der Corona-Politik zuzulassen, um das beste Konzept zur Beendigung der Corona-Krise zu finden. Staatsministerin Lucia Puttrich, CDU, hat sich in der FAZ übrigens kürzlich ähnlich geäußert. Zitat, unser föderaler Staatsaufbau hat sich in der Krise bewährt. Und vergessen wir nicht, die Grundlage unseres Föderalismus liegt in der Begrenzung zentraler Staatsgewalt. Zitat Ende, soweit Ministerin Puttrich. Es ist nun an uns, das Heft des Handelns in die Hand zu nehmen und unserer Verantwortung für die Bürger gerecht zu werden. Mit der in unserem Antrag geforderten abstrakten Normenkontrollklage gäbe man dem Bundesverfassungsgericht die Möglichkeit, eine umfassende Prüfung des vierten Bevölkerungsschutzgesetzes auf seine Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz vorzunehmen. Das Bundesverfassungsgericht könnte in einem Verfahren auch weitere Fragen der Verhältnismäßigkeit prüfen. Die dadurch entstehende Rechtssicherheit wäre insbesondere für den Zuschnitt kommender Corona-Maßnahmen aus unserer Sicht von zentraler Bedeutung. Wenn der Ministerpräsident ein Gesetz als, Zitat, verfassungsrechtlich problematisch, Zitat Ende, bezeichnet, dann kann man nicht einfach zur Tagesordnung übergehen, wie er es aber gemacht hat. Das gilt insbesondere für die Mitglieder des Hessischen Landtags. Liebe Kollegen, es ist in unser aller Interesse, Klarheit über die Verfassungsmäßigkeit des Gesetzes zu schaffen. Stimmen Sie deshalb für unseren Antrag, stimmen Sie für Rechtssicherheit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abg. Lambrou. Nächster Redner ist der Kollege Jörg-Uwe Hahn für die Fraktion die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr verehrten Kolleginnen und Kollegen! Ein Liberaler, ein Freier Demokrat kann nicht einfach sitzenbleiben, wenn er das Gefühl hat und sieht, dass unsere Grundrechte, jedenfalls Teile unserer Grundrechte, in Gefahr sind. Wir können da nicht einfach so tun, als wenn das nichts wäre. Man kann eine Debatte inhaltlich führen, und man kann sie anders führen. Sie werden merken, dass wir sie sehr inhaltlich führen. Ich hätte mir vor Jahren nie träumen lassen, dass ich einmal ein Buch von Heribert Brandl im Hessischen Landtag hochhalte. Ich gebe zu, das wäre für mich noch vor fünf, sechs, sieben Jahren irgendwie ein Kulturschock gewesen, um es in einer höflichen, diplomatischen Sprache auszudrücken. Nur, keine Angst, ich diskutiere mit Brandl am Montagabend wieder zusammen. Wir schaffen das schon. Aber ich hatte eine ganz andere Ausgangsposition als Jurist wie auch als Politiker, als Heribert Brandl das hat. Ich bin anders sozialisiert worden als er. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich kann es nicht nachvollziehen, dass es Sie kaltlässt, dass Heribert Brandl vor wenigen Tagen ein Buch unter dem Titel Not und Gebot Grundrechte in Quarantäne haben. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist nicht irgendjemand. Das ist auf alle Fälle nicht derjenige, den manche gerne dort hätten, damit sie sich an ihm abarbeiten können. Heribert Brandl ist ein hervorragender Jurist. Ich habe ganz bewusst gesagt, er ist politisch und auch juristisch anders sozialisiert worden als ich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Grundrechte in Quarantäne. Wenn Sie das Vorwort lesen – die Artikel dahinter müssen Sie gar nicht lesen, weil Sie bestimmt alle Brandl-Fans sind und seine Kolumnen der letzten neun Monate in der Süddeutschen Zeitung und sonst wie zur Kenntnis genommen und auch verstanden haben – sehen, mit welcher Deutlichkeit darauf hingewiesen wird, was eigentlich Grundrechte für uns bedeuten und wann, liebe Kolleginnen und Kollegen, Grundrechte von ganz besonderer Wichtigkeit sind. Unser Bundespräsident hat im vergangenen Jahr bei dem Grundrechtsjubiläum gesagt, er wünsche sich ein lebendiges Grundrechtsbewusstsein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, unser Bundespräsident hat er. Recht hat er. Wir brauchen ein lebendiges Grundrechtsbewusstsein. Meine sehr verehrten Damen und Herren, er hat in dieser Rede auch gesagt, aber noch viel besser nachzulesen bei Herrn Voskule, dem ehemaligen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts. Grundrechte sind schon etwas für das schöne Wetter. Ich übersetze es jetzt. Aber Grundrechte sind insbesondere etwas für das schlechte Wetter. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben derzeit schlechtes Wetter, wenn es um die Grundrechte geht – Grundrechte in Quarantäne, Herr Rebert Brandl. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, dass die Bundesjustizministerin und andere Mitglieder sogar der Bundesregierung in den letzten Tagen deutlich gemacht haben, dass Grundrechte nicht das Geschenk der Regierenden an die Bürger sind. Wir leben nicht mehr im Feudalismus. Wir, unsere Ahnen – ich glaube, fast alle gemeinsam, jedenfalls wir Liberale sagen nur Hambacherfest – haben dafür gekämpft, dass der Gutsherr, der Lehnherr, der Adlige, der feudale Fürst die Rechte denjenigen gegeben hat, denen sie gehören, nämlich den Menschen, und zwar jedem Einstellenden von uns. Egal, wie er aussieht, egal, wo er herkommt, egal, ob er arm oder reich ist, egal, ob er liberaler ist oder etwas anderes, meine sehr verehrten Damen und Herren, jeder von uns Einzelnen ist ein Träger von Rechten, von Grundrechten, und die sind auch nicht abdingbar, und die sind auch nicht in einer Krise abdingbar, sondern da muss man sich in einem Austausch darüber einig sein, wie man denn mit diesen Grundrechten umgeht. Ja, es ist richtig. Wir haben eine derartige Abwägung in den letzten Monaten im Deutschen Bundestag nicht erlebt, und genau dort gehört die Abwägung hin, meine sehr verehrten Damen und Herren. Genau dort gehört die Abwägung hin. Ich bin jetzt kein Freund von diesen scheinbar witzigen Erklärungen mit Hinterzimmern usw., was ja hier auch gar nicht stimmt, weil das waren immer Videokonferenzen, also konnten es keine Hinterzimmer sein. Also diese Beispiele manchmal, aber ich habe mir heute vorgenommen und meinem Vorsitzenden versprochen, nicht über Journalisten zu reden, also mache ich das auch nicht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Abwägung hat nicht dort stattgefunden, wo sie hätte stattfinden müssen, nämlich im Deutschen Bundestag. Das ist der Hort der Menschen in unserem Land. Ich könnte sehr ärgerlich werden, wenn uns jetzt auch noch erklärt wird. Ein Kollege hat es vorhin ein bisschen hereingerufen und hat sich, obwohl ich seinen juristischen Sachverstand sehr schätze, geirrt. Kein Land hat diesem Gesetz zugestimmt, weil nämlich der Deutsche Bundestag beschlossen hat, dass er das Gesetz so häkelt, so zusammenbaut, dass es ein sogenanntes Nichtzustimmungsgesetz ist. Da ich fünf Jahre im Bundesrat angehört habe und dort auch eine Fraktion koordiniert habe, kann ich Ihnen sagen, das ist schon schwer, ein Gesetz so zu bearbeiten. Aber deshalb hat kein Bundesland zugestimmt und deshalb konnte auch das Land Hessen nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch das sei hier noch einmal von einem Liberalen erklärt, die etwas von den Grundregeln unserer Verfassung hält, konnte es auch nicht abgelehnt werden. Das Einzige, was man hätte machen können, was man bei einem solchen Gesetz dieser Kontingenz nur machen kann, ist, dass man den Vermittlungsausschuss anruft, um noch einmal in eine Debatte mit dem Deutschen Bundestag einzutreten. Ich kratze mich deshalb am Ohr, weil ich das, liebe Axel, bestimmt fünfmal versucht und nicht hinbekommen habe. Das ist ein ganz schwieriger Akt. Das hat nachher leider wenig mit dem Thema Grundrechten zu tun, sondern vieles mit Parteipolitik. Jetzt überrasche ich Sie mit der Aussage. Natürlich werden wir dem Antrag der AfD nicht zustimmen, aus verschiedenen Gründen. Seine Quintessenz, die dahinter steht, dass das Land Hessen nach Karlsruhe gehen soll, ist erfüllt. Unsere 80 Kolleginnen und Kollegen der FDP-Bundestagsfraktion, jeder für sich als Bürger und nicht als Fraktion, hat eine entsprechende Klageschrift am vorgestrigen Tag in Karlsruhe abgegeben. Alle 80 Kolleginnen und Kollegen der FDP-Fraktion im Deutschen Bundestag, da hat sich keiner gedrückt. Alle machen persönlich mit. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir brauchen deshalb nicht die Aufforderung, dass jetzt noch eine Normkontrollklage vom Land Hessen hinterhergepackt wird. Denn die Sachen, die zu prüfen sind, kann das Bundesverfassungsgericht jetzt prüfen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wer sich ein bisschen mit der Arbeit von Karlsruhe auseinandergesetzt hat, der weiß, die werden sich damit auch beschäftigen. Die werden nicht einen irgendwie gearteten Weg für Helden zum Ausgang, wie wir immer in der Koalition so schön gesagt haben, suchen, sondern die werden den direkten Weg gehen, um das, was sie meinen, was grundgesetz- und grundrechtswidrig ist und verfassungswidrig damit wird, dass sie das auch dokumentieren. Also, das brauchen wir nicht. Das haben wir schon. Das ist bereits in Karlsruhe anhängig. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich will Ihnen zum Abschluss noch sagen, wir sind der festen Überzeugung, das ist ein Zustimmungsgesetz. Das, was dort gehekelt worden ist – ich habe das Wort vorhin genommen, deshalb mache ich es weiter – ist leider mit einer Laufmasche versehen. Karlsruhe wird das garantiert aufarbeiten. Das steht natürlich auch in der Klageschrift meiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Deutschen Bundestag. Ein ganz banales Beispiel wird, glaube ich, jedem Nichtjuristen in diesem Raum deutlich machen, dass dort die Zustimmung der Länder hätte eingeholt werden müssen. Durch das Gesetz und die Frage der Inzidenzen gibt es ein Schließen von Schulen. Gibt es ja auch schon ein Schließen von Schulen? Das Schließen von Schulen hat unter anderem zur Folge, dass es Erstattungsansprüche von besonders betroffenen Eltern gibt. Meine sehr verehrten Damen und Herren, diese Kosten hat das jeweilige Bundesland zu übernehmen. Ich glaube, daran kann man schon ganz einfach erkennen – auch für einen Schullehrer und das meine ich jetzt nicht despektierlich –, dass das eigentlich ein Zustimmungsgesetz ist. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, dass wir eine sehr niveauvolle Debatte in diesem Hause nicht nur über die Frage führen, die die FDP-Fraktion und meine Fraktion heute Vormittag eingebracht haben, zum Thema, wie man mit denjenigen umgeht, die kritisiert, sondern insbesondere auch eine Debatte darüber führt, wie man eigentlich mit dem umgeht, was unsere Grundrechte einschränkt. Herbert Brandl, Grundrechte in Quarantäne. Ich will das nicht weiter erleben. – Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Hahn. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Wir sind damit am Ende der Aussprache zu den beiden Tagesordnungspunkten. Ich gehe davon aus, dass beide in den HAA gehen. So machen wir es. Dann treten wir jetzt eine in die Mittagspause. Ich unterbreche die Sitzung bis 15 Uhr. – Ja, das ist eine Viertelstunde. Die habe ich mir eigentlich auch selbst geschenkt. Das war ganz egoistisch. Wir fahren dann fort mit Tagesordnungspunkt 65101, Tagesordnungspunkt DIE LINKE.